In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Marktwert Ihrer Immobilie richtig ermitteln lassen, ohne einen teuren Gutachter zu beauftragen. Hallo, mein Name ist Marcel Möhring, ich bin Immobilienmakler und wir von Immovario sind bereits seit mehr als zehn Jahren in Magdeburg und Umgebung tätig und haben über 200 Immobilien erfolgreich verkauft. Ich weiß deshalb ganz genau, wie auch Sie den Wert Ihrer Immobilie kostenlos und professionell ermitteln lassen können. Grundsätzlich unterscheidet man bei der Immobilienbewertung zwischen zwei Arten. Die erste Art ist das Kurzgutachten, die zweite Art ist das Vollgutachten, auch Verkehrswertgutachten genannt. Das Kurzgutachten dient hauptsächlich dazu, den idealen Angebotspreis für Ihre Immobilie zu finden und reicht somit völlig für den Immobilienverkauf aus. Dabei werden Merkmale Ihrer Immobilie wie die Lage, die Erschließung des Grundstücks und der Zustand der Bebauung beurteilt. Das Vollgutachten hingegen ist aufwendiger und kann schnell mal zwei bis vier Wochen dauern. Es ist immer mit höheren Kosten verbunden. Das Vollgutachten dient vor allem für gerichtliche Verfahren wie Scheidungs- oder Erbfälle, da Kurzgutachten vor dem Gericht keine Gültigkeit haben. Gängige Praxis für den Verkauf von Immobilien sind ganz klar Kurzgutachten. Die absolute Mehrheit, der Eigentümer fährt damit sehr gut. Deshalb biete ich Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Immobilienbewertung in Form eines Kurzgutachtens an. Ich führe bei Ihnen vor Ort eine professionelle Marktwertermittlung durch und sage Ihnen im Anschluss, wie viel Ihre Immobilie wert ist. Klicken Sie dazu jetzt unterhalb des Videos auf den Button und tragen Sie sich für die kostenlose Marktwertermittlung ein. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Telefonnummer, damit wir sie erreichen können. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Marcel Möhring